Hallo Jesu. Hallo Jan. Boah, das ist ja cool hier heute in der HafenCity. Sag mal, am 14. Oktober in Hamburg findet was schnell. Let's talk about sales. Let's talk about sales. Was ist das denn? Guck mal, weißt du schon immer, wo du verkaufen wissen wolltest? Bist du nicht auch dabei, Jan? Ja. Also wir machen eine Talkshow. Ja, du und ich. Du und ich. Nicht ich und ich, sondern du. Ich, genau. Jetzt talk about sales. Wen haben wir denn als Gäste? Wir haben total tolle Leute. Wir haben irgendwie ganz klasse Frauen, wie The Siva, die Künstlerin. Heike Hof, die Verkaufstränerin. Thomas Eich, der Verkaufstränerin. Genau. Und Thorsten Bohrwerk, einer Vollkreis-Untertitel. Dann kommt wohl kein Finger ins Hamburg. Also man sieht, eine breite Palette von wahnsinnig tollen Leuten, die sicherlich ganz, ganz viel Künstler zu ändern. Wann fängt das an? 1930. In Almsbüttel, in der Soleil Theaterwerkstatt. Und ich freue mich auch total, wenn man vorher noch nicht lecker essen kann. Genau. Und es ist ja nicht nur die Talkshow, sondern eigentlich ist ja auch noch ein bisschen Netzwerk. Auf jeden Fall. Ich meine, wir haben so viele Leute eingeladen und es werden so viele tolle Leute da sein. Und es gibt genug Zeit, um um Gespräche zu kommen. Das Thema ist ja auch da, dass alle verbinden. Also ich freue mich. Ich auch. Also, wenn ihr Zeit habt, kommt vorbei. Kommt vorbei. Am besten ihr reserviert euch vorher eine Karte. Weil, first come, first serve. Genau. Und wir freuen uns. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.